Hallo, mein Name ist Paddy Unger. Ich bin 34 Jahre alt, komme aus Berlin und bin Head Coach des BC Farmers auf Marburg. Bisher macht das Team ganz gut mit. Wir haben ein bisschen zu kämpfen mit einigen Verletzungen, aber ich denke, wir kriegen das gut hin. Die Arbeitseinstellung stimmt und von daher bin ich guter Dinge. Ja, wir kennen uns alle schon. Die Teamchemie ist gut. Ich denke, wir werden jetzt nicht so große Unterschiede erkennen, aber der größte Unterschied wird wahrscheinlich unsere Spielphilosophie sein, dass wir versuchen, noch ein bisschen aggressiver zu sein. Wir wollen mindestens ins Halbfinale, das ist das oberste Ziel und danach werden wir gucken, was geht. Am besten gefällt mir die Oberstadt, da gehe ich sehr gerne essen. Schlafe. Pepsi. Boah, das Finale der B-Europameisterschaft diesen Sommer. und mein größtes Vorbild müsste sein Coach Popovich. Schlafe. 2 1 1 3